Chris Evans ist von Jenny Slate getrennt Diesmal endgültig? Chris Evans ist von Jenny Slate getrennt Hat das Hin und Her nun ein Ende? Nach knapp einem Jahr Beziehung gaben Chris Evans, 36, und Jenny Slate, 35, im Februar 2017 ihre Trennung bekannt Doch die war nicht von Dauer, denn schon im Herbst starteten die Schauspieler einen zweiten Versuch Allerdings klappte es auch diesmal nicht Wie nun offiziell bestätigt wurde, haben der Tavengas-Star und die Parks-An-Track-Kreation-Darstellerin sich abermals voneinander entfernt Während eines Interviews von mit der New York-Teams diese Woche kam auch das Thema Liebe zur Sprache Ein offizielles Start-Themen des Hollywood-Hotties gab es zwar nicht, aber das Aus mit seiner Freundin wurde bejaht Genauere Informationen zu den Gründen gab der 36-Jährige jedoch nicht preis Bei der ersten Trennung ging alles ziemlich ruhig und skandalos über die Bühne und das wollen die zwei wohl auch diesmal so handhaben Der gegenseitige Respekt war schon damals wichtig für und So erklärte die 35-Jährige im letzten Jahr, dass sie zwar kaum Kontakt hätten seit dem Ende ihrer Liebe, aber sie sich dennoch irgendwann eine Freundschaft mit ihrem Ex wünschen würde Musik 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 Musik